Hi Leute, frohen dritten Advent wünsche ich euch allen und wer es noch nicht gesehen hat, es gibt jetzt zwei Videos zum dritten Advent, also es gibt zwei Gewinnspiele, zwei Videos, jeweils zwei Keys zu gewinnen für die jeweiligen Spiele. Ja, ich habe das Prozedere ein bisschen angepasst, weil ich habe gemerkt, bei Glima, oh, die Leute, die machen nur sehr verhalten mit und deshalb, ja, ich fand es ein bisschen blöd, beim letzten Mal waren nur sechs Leute, die mitgemacht haben und finde ich echt schade. Und da das für die Abonnenten hier sein soll und für die Zuschauer, möchte ich das jetzt so einfach wie möglich halten und deshalb wird es jetzt über die Kommentarfunktion laufen und über einen Commentpicker dann. Ihr schreibt mir einfach unter die Kommentare, ich möchte gewinnen, dann seid ihr eigentlich schon im Lostopf. Ich würde mich noch freuen, wenn ihr zusätzlich schreibt, welches Video euch in der Vergangenheit noch, ja, gefallen hat oder was euch am besten gefallen hat und eventuell, was ihr gerne mal sehen möchtet, was ich spielen soll. Vorschläge machen, würde mich auch interessieren, wenn ihr da Vorschläge habt. Ja, das erstmal, dazu kommen wir zum Spiel, was es zu gewinnen gibt. Jetzt mal geht es, wir wechseln, so, was wäre jetzt, wenn es VR, das ist ein, ja, Nobelspiel. Man hat so einen kompletten Modellbau, ja, Kasten nicht, aber eine Plattform, sag ich mal, wo man Gleise bauen kann und es erscheinen auf der Map immer Sterne, in verschiedenen Farben, es gibt Züge in verschiedenen Farben und, ja, der blaue Zug muss den blauen Stern fangen, der rote, rote, gelb, gelb und so weiter und so fort. Und man muss halt die Gleise vernünftig setzen, dass man die Sterne auch sammeln kann und nicht wie hier als Fail, also die Züge dürfen nicht ineinander zusammenprallen. Das Spiel ist für HTC Vive und Oculus Rift, unterstützt, kostet 12,49 Euro. Wie ich sehe, gibt es hier auch einen Bundle oder ein Bündel, das sogar noch günstiger ist, mit zwei Spielen dabei. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Spiel ist. Okay, ja, ich habe das auch mal gespielt, kann man kurz zu meinem Gameplay kommen. Was ich noch nicht erwähnt habe, das Gewinnspiel läuft wieder bis zum nächsten Samstag, das ist, glaube ich, der 22.12. 13 Uhr, also bis dahin könnt ihr eure Kommentare hier eintragen und reinschreiben. Und ja, danach ist dann halt ein Sendeschluss und dann wird es auch irgendein Auslosungsvideo geben. Über die Commentpicker-Funktion werde ich dann die Gewinner ziehen, die zwei Gewinner bei beiden Videos. Und ihr könnt euch dann gerne bei mir melden per E-Mail oder im VR-Pack-Discord, was natürlich noch besser ist. Also wer den VR-Pack-Discord noch nicht drin hat, in der Beschreibung ist der Link dazu. Kommt uns einfach mal besuchen, wir suchen da auch Leute immer für Online-Spiele und so weiter. Also es ist eine coole Anlaufstelle für Multiplayer-Games in VR, weil da haben wir echt das Problem, dass man immer viel zu wenig Leute findet. Und ja, ich hoffe, die Community wächst und wächst und dann wird es immer leichter, Mitspieler zu finden. Wäre echt cool, würde mich freuen. Und ja, das war es erstmal dazu. Ich wünsche euch allen noch einen frohen dritten Advent und viel Glück beim Gewinnspiel. Wir sehen uns, bis dann. Ciao.